In der nächsten Ausgabe der Sendung Kinowetzer können Sie sich auf diesen Film freuen. Im Thriller Point Break schlüpft Luke Bracey in die Rolle des Undercover-Agent Johnny. Der schliesst sich an einer Gruppe Extremsportler an, die verschiedenste Anschläge planen. Da oben sind ein paar Milliarden Dollar. Wollt ihr es stehen? Wir geben es zurück. Kinowetzer am Donstieg zu Abend um 7 Uhr nur auf Essen. Die Sendung Kinowetzer wird Ihnen präsentiert von Hamilton American Spirit Swiss Precision Willkommen zu Hause